Aber vielleicht so als kurzen Initialgedanken, was ich da tatsächlich sehr interessant finde, ist vielleicht mit diesem Konzept von Flipped Learning oder Flipped Classroom dann zu denken, wo ja irgendwie die Idee dran ist, dass man zu Hause sozusagen die Sachen ausarbeitet, die Aufgaben, die man hat und dann gemeinsam vor Ort diese Fragen, die aufgetaucht sind, währenddessen klärt. Und in so einer Richtung würde ich fast einen Sure-Fix wieder sinnvoll finden, weil wenn ich im Vorhinein zum Beispiel selbstständig schon meinen Progress in eine Liste schreiben kann, dann können vielleicht andere das auch schon vorher lesen. Und wenn wir zu diesem unter Anführungsstrichen Sure-Fix-Termin kommen, dann können wir dort darüber reden, welche Probleme es gibt. Und dann würde auch vielleicht dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit wieder ein bisschen zurückkommen, weil ich möchte ja nicht unbedingt hören, was du an zehn Sachen gemacht hast, sondern ich möchte eben wissen, was hast du konkret vorangebracht, wo hast du Probleme, wo könnte mir jemand helfen und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich ganz interessant, so an dieses Design zu denken von Besprechungen.